Dann können wir es sagen. Was macht der Typ? Jörn, danke schön für das Abgift. Oh, Jizz, Digga. Ich will mich endlich wieder voll jizzeln. Oh, 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 all over my money. Also, Chanti ist letztes Mal vom Bootcamp weggefahren. Und seine Freundin war damit einverstanden, so wie sie danach geguckt hat. No Front, aber passt auch. Ja, passt. Ich fand es so lustig, als Daniel das gesagt hat. Ehe ist der schmal, Ehe ist die halbe Backpfeifer. Ja, nein, nein, nein. Oh mein Gott! Sorry, ich habe hier noch zwei Luftheadshot sniped. Daniel ist so underrated, bro. Daniel wird legit, äh. Ich habe es damals mit Dreckler gesagt. So, Daniel ist wirklich so krass. Also, er war damals schon so. Also, die Leute sind hier manchmal wirklich scheiße. Er schüttelt dich. Ah, deine Klatze! Digga, du spielst gerade echt. Welche Luftheadshot bist du immer jetzt? Ja, das sind die Gegner, die ich in deiner 1v1-Map bekommen würde. Also, wenn ich gegen dich spiele, weißt du was? Was? Nein, Abi, ich schwöre. Okay, es tut mir leid. Es tut mir leid, das war frech. Nein, nicht schon wieder! Liebes Twitch-Team, ich bin an der... Nein, er schüttelt mich, er schüttelt mich! Er schüttelt mich, ist es diesmal war! Ach so, er sagt doch was. Er sagt einfach, ich brauche die Aufnahme. Du schmaler! Okay, das war's. Das war's, Digga. Ja, ich kann jetzt im Stehenspiel, Digga. Im Stehenswil, Digga. Ja, okay, im Stehenswil. Ja, okay, im Stehenswil. Keine Sounds? Ja, man hat Sounds kaputt gemacht, der Schmale. Ah, okay, nein, warte, ich brauche die Aufnahme. Ich schwöre, ich schwöre. Aua, mein Arsch wohne in Jungfahrt. Was macht sein Arsch aber da? Au! Okay, es tut mir leid. Nein! Ja! 3, 0, scheiße, 2, 3, 7, 8, 4, 4, 5. Digga, habt ihr nicht alle? Ich verstehe es nicht. Wer hat jetzt noch Ferien von euch? Digga, jetzt ist ein Streamsniper. Wir fliegen nach Malta. Ah, okay. Auf was für einer Bonn-Sund-Schule bist du? Ich fliege auch immer zu meiner Projektwoche einfach nach Malta, Digga. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Digga, was fängt es jetzt wieder an mit Phoebe, Digga? Mein Gott, war das schlecht. Wisst ihr, was machen wir? Ich werde in den Club gehen. So. Und mein Akzeptal soll schon so das richtig, richtig Besonderes für mich werden. Oh. Wo will sein Arsch die ganze Zeit hin? Digga, der leckt. Oh, mein Gott. So wie so ein... Bitcoin soll überhaupt eine Million wert sein? Digga, ich bin... Bin ich dumm oder wenn Bitcoin eine Million wert ist? Dann ist doch alles andere so auch fuck, oder? Und dann würdest du legit im Supermarkt gehen und würden... Tüte Nudeln 10 Euro kosten oder so, oder nicht? Noch sehr danke für den Prime-Zeit in den Wichtigsten. Und... Eistee für sich dann für den 200 Bits. Leute, die Leute sind so scheiße an diesem Mälo. Let's go, Julian! Soll ich Sniper bitte eingehen, Chat? Was war da ein Baum, ein Affe oder was? Ist der letzte ein Affe, Chat? Oh mein Gott, da ist ein Baum. Da hab ich den Chat, just f***ing go. Dig, ich bin grad fast gegen den Goldspieler gestaubt. Andrew is here, ja, das war Andrew is here. Bummspirner. Geile Einfachsteil von mir, da hab ich den Chat. Wieso? Digga, weil kein PC gefixt wird. Oh mein Gott. Ich muss einfach mal wieder hier ein paar Leute shitten so. Ah, ich weiß bitte. Oh mein Gott. Ja, die Gegner sind schon gottlos schlecht. Chat, sagt ihr einmal, ist besser als sie? Chat, ich clip den jetzt mal. Gut geklappt. Guck, Chat, jetzt bete ich den anderen. 3, 2, 1. Hatter time. Soll ich den Account hochpushen? Soll ich das machen, Chat? Danke, Blutter. Das ist geil, glaub ich. desto! SONO-Team ranked Account hochpushen auf Unreal. Das ist eine gute TD. Man kann auch eine 20 bomben. Keiner von denen, Gravler. Ja, Chat, wart ihr alles im Gym? Das ist ein Idiot. Ah, dahinter ist ja noch jemand, oder? Ah, der ist ein Bike. Was, war ein Gegner? Schlafen? Ja. Sleepstream, jetzt wäre chillig. Ah, ich hab mich mal ehrlich zum Hund gemacht. Oh mein Gott, endlich. Lett ist für nächste Runde, Chat, nicht für die. No Scoping. Let's go! Maybe Instacall 3-Up rank up, bitte. Oh, okay.